Einen kleinen Kotflügel bekommt oder Kunststoffteile, die man schon mal ab und zu selber lackieren kann. Das ist einfach was für mich. Ich bin in der Woche zweimal in der Berufsschule und dort haben wir verschiedene Fächer wie Technologie. Das ist aufgeteilt in Kunststoffe, Metall und Holz. Da hat man dann alle paar Monate ein anderes Thema. Dann haben wir noch Politik, Deutsch, Fachrechnen und Sport. Einmal die Woche. Ich habe mich für das Outdoors Wolfsburg entschieden, weil ich sehr viel Gutes über das Outdoors gehört habe und ich in große Konzerne wollte. Das Betriebsklima ist angenehm, es sind alle selbstbereit zu mir. Auch die Männer gehen mit den Frauen ordentlich um und man wird aufgenommen. Ich habe mir die Ausbildung anstrengend vorgestellt und sie ist auch anstrengend. Man hat viel zu schleppen und ist den ganzen Tag auf den Beinen. Gerade den Frauen würde ich raten, viel Kraft mitzubringen. Sie müssen auch mal was tragen können, müssen Kondition haben. Natürlich Interesse und viel Spaß an der Arbeit. Das Betriebsklima ist angenehm.